Guten Abend, willkommen bei Rotundis Gaming Area und ja, heute gibt es, wie soll es anders sein, den Mystery Stream. Heute haben wir kein, naja, es ist schon ein Rätsel dabei, aber kein Click and Point. Und ja, ich hoffe, das was ich mir ausgesucht habe, gefällt euch. Ich werde es auch extra nochmal von ganz von vorne starten, damit ihr die komplette Geschichte mitbekommt. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit dem schönen Spiel Fee. So, naja, komm, starte, oh liebes Programm, oh starte. Im Moment startet es noch nicht. Müssen wir noch einen Moment warten, in der Zeit kann ich die Kamera noch ein bisschen besser einstellen, die muss nämlich nach da. So sieht das besser aus. So sieht das viel besser aus. So, das Ganze spielt sich mit Controller. Und ja, was kann ich euch zu dem Spiel sagen? Ähm, wir sind ein kleiner Andromorfer Welpe, entweder Wolf oder Fuchs, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht sind wir auch ein Alien, aber es sieht aber auch aus wie ein kleiner Welpe, ein Andro-Welpe. Und mit unserer Stimme tun wir uns mit den Tieren des Waldes verbinden. Und kämpfen gegen irgendwelche Monster-Roboter, die den Wald besetzen. So, ich muss jetzt hier gucken, ob ich das neu starten kann. Ja, neues Spiel. So, dann starten wir nämlich dieses Spiel von ganz von vorne. Damit ihr das auch wirklich von Anfang an seht, ist ja wichtig. Das ganze Spiel ist sehr in lila Tönen gehalten, kann ich euch jetzt schon sagen. Lila werdet ihr ganz viel sehen. So, jetzt muss ich gleich noch gucken, ob meine Cam an der richtigen Position ist. Oder ob ich die noch umpositionieren muss. Aber erstmal das Intro. So, und das sind wir. Wir können uns, ja, jetzt können wir uns steuern. So, X ist springen. Mit A können wir, nee, mit B können wir, was auch immer, irgendwas greifen. Y ist nix und X ist auch nix. Okay, auf der rechten Maustaus, da haben wir einmal die Karte. Hier können wir, ah, hier können wir singen, genau. Wie ihr seht, die ganze Natur reagiert auf mich. Jetzt gehen die Lichter auch gleich wieder aus. Wenn ich rufe, gehen die Lichter an. Also, da kann ich hier ran zoomen, da kann ich nichts. Okay, gucken wir uns nochmal. Ah, ich habe freie Kamerasicht, das ist schon mal gut. So, dann laufen wir mal los. Auf der Maps sagt es, wir sollen noch da. Da ist irgendwas. Ja. Bleibt auch hier. Bleibt es aber nicht. Woher gehst du denn jetzt hin? Ja. Kann leider nicht schneller rennen. Ist ein bisschen schade. Ist sehr schnell, das Tierchen. Klingt immer so ein bisschen wie so ein kleines Winseln. Kann ich irgendwie abrollen? Nee. Wo soll ich jetzt hin? Nee, wenn man da ist, in die Richtung. Nee. Da lang. Wo, was bist du denn? Da ist ein Auge. Ja, ich muss die richtige Frequenz nämlich halten. Und dann reagieren die Natur mit mir. Und in dem Moment haben sie mir jetzt so eine kleine Brücke gebaut. Boing, boing, boing. No. Boing, boing. Wunderschön. Boing, 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 boing. Da ist es. Da ist wieder das kleine Tierchen. Aber es ist noch da abgebogen. Also gehen wir da hinterher. Ja, A zum Vollfahren. Enden ist es. Okay, das kann jetzt die Y-Laute machen. Jetzt kann ich mit dem zusammen reiten. Kann ich auch schnell reiten? Ui, ich kann schnell reiten. Wenn ich das hier drücke. Okay. Was passiert, wenn ich hier jetzt drücke? Nichts. Was passiert, wenn ich hier drücke? Kann das springen? Ah, nee. Ich kann nur von ihm runter springen. Okay. Da oben ist aber was. Ich will da hoch. Komm ich aber nicht. Ich habe da irgendwie eine Chance, da hochzukommen. Kannst du da hoch? Nee, da kannst du nicht hoch. Ich will aber da hoch. Nee, irgendwie komme ich da nicht hoch. Ah, vielleicht kann ich von ihm aus da hoch springen. Ah, guck mal. So ist das angedacht. Da oben ist nämlich was. Aber was bist du? Okay, nee, das will das nicht. Das will was anderes haben. Aber den will er auch nicht. Nee, den will er nicht. Nee, dann bin ich hier falsch. Dann nochmal aufsteigen. Hier runter wieder. Aber er will nicht mehr runter. Wird aber gern runter. Dankeschön. So. Hüpf, hüpf. Ah ja, und damit komme ich da hoch. Das ist ja wunderbar. Kannst du das nochmal machen, bitte? Ah, sehr schön. Bärtchen, komm her. So. Was sehen wir da jetzt? Irgendwas. Da drüben sehen wir was. Gegenüber von der Mitte. Irgendwas ist hier. Aber was ist hier? Ist er direkt da vor mir? Hier. Was ist denn da? Da sind doch kleine Chirchen. Komm ich zu euch rüber? Nee, zu euch komme ich irgendwie nicht rüber. Komm ich denn zu euch? Ah, da rüber. Hier. Weg. Zack. Hüpf. Ah, ich muss absteigen. Ah, ich muss mal absteigen. Oh. Sind die auch mit mir befreundet? Was könnt ihr mir erzählen? Was ist das für ein komischer Kristall? Calling? Ich habe ein Kristall gesammelt. Okay, dadurch tut sich was. Okay. Es müssen mehr von den Kristalln sein. Wir mal umgucken. Warum laufen die mir jetzt hinterher? Bleib weg. Kann ich klettern? Nee. Auf dich, Gott. Muss das Ding an, an, an. Was? Nee, das soll das. Das muss von dem, von dem Viech? Ja, von dem, von dem, von meinem Reittier angejodelt werden. Aber irgendwie will das nicht. Dann weiß ich gerade nicht. Aber hier brauche ich irgendwas mit Vogel. Irgendwas mit Vogel. Irgendwas mit Vogel. Gehe ich hier rein. Was passiert dann? Okay. Was ist jetzt passiert? Ah, ein weiterer Kristall. Nee, doch. Der Kristall geht ins Auge vom Baum. Okay. Und ich kann jetzt auf Bäume klettern. Okay. Dann probiere ich das nochmal. Mit A. Ah, mit A kann ich auch nach oben. Ah ja. Okay, ich kann jetzt auf Bäume klettern. Ach, das sind alles Fähigkeiten, die ich erlernen kann. Ah, okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Und wo muss ich jetzt hin? Dahinter will ich. Okay. Ich will aber nicht auf... Oder will ich doch auf den Baum? Vielleicht will ich ja auf den Baum. Aber wohin will ich? Will ich dahinter? Nee. Warte mal. Ich will nach... Nach da will ich. Da will ich doch irgendwie da hoch. Aber wie komme ich da hoch? Da ist ein Baum. Und den da. Der ist näher. Der ist gut. Der ist gut. Der ist schön nahe gewesen. So. Will ich da lang? Ja, ich will immer noch da lang. Ja, bleib hier. Wenn du so viel schneller wirst als ich. Ja, perfekt. Das macht das mir auf jeden Fall einfacher. Äh. Aber... Jetzt ist das nicht mehr da, wo es sein soll. Da ist ein Kristall. Äh. Kling. Oh, ich brauche vier davon. Oh, Herrgott. Die sehe ich noch nicht immer. Äh. Will hier hin? Ist das das, was ich will? So. Das ist das, was ich will. Was macht das jetzt? Ah ja. Macht mir wieder einen Pflanzenweg. Oh. Ah, das ist wieder ein Kristall. Deswegen. Bis jetzt ist das Jump'n'Run noch sehr angenehm. So. Ich mache zwei davon. Aber wie komme ich da jetzt wieder hoch? War nicht. Bin ich einmal da runter gehüpft? Jetzt komme ich nicht mehr weg. Und dann laufen wir halt hier wieder runter. So. Hoff, dass ich jetzt nicht da hätte anders da laufen müssen. Ja, schwere jetzt schon ist doof. Äh. Weiter. Oh. Verstehst. Kann ich hier auch anjodeln? Oh, ich kann nicht anjodeln. Okay. Ist ja ein Bild von so einem Monster. Okay, du willst irgendein anderes Bild. Oh, da sind diese komischen Monster schon. Aber ich will da irgendwie auch hin. Oh, das finde ich nicht gut, der Stein will. Guck weg. Oh, jetzt kommt noch eine. Könnt ihr bitte euch umdrehen? Oh, Mann. So. Jetzt aber. Willenachter. Oh, ich will in dem Link bleiben. Okay. Dann wird das Spiel anspruchsvoller. Wie soll ich an dem Ding vorbeikommen? Weiß zumindest jetzt, warum ich dunkel und schwarz bin. Wenn ich irgendwie eine Chance habe, an dem vorbeizukommen. Ah, die laufen jetzt in die Richtung, ist gut. So, nicht hinter dem Stein. Weiß mal. Dann nochmal was, wo ich mich verstecken kann? Nee. Oh Gott. Ich bin ja in so Heiz- und Sieg-Spielen nicht gut. In Jump and Run auch nicht. Also das wird lustig. Komm, drehe ich wieder um. So. Da muss der andere. Der riecht schon auch weg. Weg, 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 weg. Wo ist denn der Weg? Verdammt. Oh, bin ich erstmal hier dran. Alles gut. Alles gut hier. Ich will hier hoch. Ich will hier weg. Oh, ich wollte gerade sagen, da ist schon wieder so ein Monster. Nein, das ist nicht. Das ist wieder so ein Ding. So, eins, was ich anjodeln kann. So. Was bekomme ich jetzt? Ah, wieder so Blüten. Klack. So. Ein Baum zum Klettern. Aber wohin? Ah, dahin muss ich springen. Kann ich irgendwie weiterspringen, wenn ich irgendwas tue? Nee. Eher noch mehr Monster-Bilder. Oh, da habe ich noch so ein Ding. Oh, nein. Ja, da hat es mich zerbröselt. Da habe ich jetzt zu lange gebraucht. Verdammt. Dann nochmal. Ah, man tut wenigstens an so einem Zwischenspeicherpunkt wieder starten. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So. Hüpf. Hüpf. Hoch, hoch, hoch. Hier rüber drehen. Da hinspringen. Auf das Blatt. Da hoch springen. Okay. Ich habe noch ein Kristall. So, aber wie komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt weiter? Springe ich mir jetzt mal wieder zurück. So, hier geht es weiter. Hä? Irgendwas habe ich gehört. Aber was? Ach, das ist da oben. Komm, Brunne. Soll ich denn da hochkommen? Oh, oh. Oh, nein. Was machen die? Wir haben einen Klumpenhaus draus gemacht. Na super. Die gehen damit weg. Da ist doch noch was genau in der Richtung. Okay. Irgendwas ist genau hier. Nee, irgendwas genau da. Soll denn da oben sein? Gehen wir es mal nach unten. Was bist du denn? Ne? Soll ich.